Willkommen beim SEMA College. Tipps und Tricks. Heute geht es um F7-Einstellungen, Layer-Einstellungen, die Layer-Verwaltung und wie wir das Ganze natürlich abspeichern. Nun, ich habe hier mal ein Beispiel, in dem ich hier ein paar Bäume habe, ein Auto. Ich habe eine Sparrenlage drauf. Man sieht hier auch Einrichtungsgegenstände, Räume haben wir drin. Und da stellt sich immer wieder die Frage, wenn ich was ausdrucke, was möchte ich sehen, was möchte ich nicht sehen. Somit könnten wir natürlich verschiedene Teile, Bauteile einfach ausblenden. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Hier oben haben wir diese F7-Einstellung, oder wir drücken auf die Tastatur eben F7. Beides ist möglich. Hier haben wir unsere F7-Einstellung und wir sehen, es gibt Grundriss, Gelände, Treppe, Wände, Dach, alles was mit Dicke zu tun hat. Und immer wenn ein Haken davor ist, dann sieht man es. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Haken herausnehme von dem Dach, wird das Dach automatisch ausgeblendet. Lasse ich den Haken drin, sieht man die Sparrenlage. Gehe ich auf das Wort Dach, dann sieht man, aha, ich könnte hier die Dachflächen ausschalten. Oder ich könnte die Sparren ausschalten. Klicken wir sie an, weg sind sie. Klicken wir wieder drauf, sind sie wieder da. Gehen wir auf Sparren, dann könnte ich auch hier sagen, ich hätte gern die Länge. Dann schreibt er es da unten hin, wie groß die Länge ist. Auch wieder gesampelt. Wenn ich sage, die Sparren möchte ich nicht sehen, ich möchte die Pfetten sehen und von den Pfetten möchte ich die Länge haben, dann schreibt er es eben hier unten, aha, 4 Meter und 4,3. Das ist meine Pfettenlänge. Somit kann ich immer schalten, was ich sehen möchte und mit welcher Information ich das Ganze haben möchte. Das Ganze können wir natürlich immer, wenn es uns gefällt, dass wir hingehen und sagen, diesen Sparren mit dieser Länge, auch das möchte ich mir als Vorlage abspeichern. Sobald ich hier drauf gehe und ich sage, ich möchte es als Vorlage abspeichern, können Sie hier in diesem, können Sie eigene Namen hinterlegen, wie es eben heißen soll. Wir haben von unserer Seite natürlich schon Sparrenlängen im F7. Das haben wir schon da. Das heißt, wenn wir auf den bestehenden zugreifen wollen, sagen wir einfach Vorlage laden und wir nehmen hier diese Sparrenlängen und sagen öffnen und dann sehen wir es, aha, jetzt sieht es anders aus, so habe ich es hinterlegt, so möchte ich es haben, diesmal ohne Füllung, ich möchte nur Strichzeichen haben. Oder ich gehe wieder her und sage, nee, das laden wir wieder, ich möchte wieder meine Starteinstellung haben. Alles, was wir hier im F7 laden oder speichern, wirkt sich natürlich auch nachher aus in dem Plan. Also wenn ich jetzt hier im Plan drin bin, dann kann ich hier natürlich auch auf die gleichen wieder zurückgreifen. Da ich sage, ah, ich möchte eigentlich nur mal die Sparren mit der Länge drin haben. Alles andere habe ich jetzt ausgeblendet. Wenn wir das mal anschauen, im F7, dann sieht man es, aha, die Wände sind ausgeblendet, der Raum ist ausgeblendet. Die könnten aber trotzdem wieder anmachen. Grundsätzlich gilt, Sie können entweder hier in diesem Blatt Papier, also in der Planvorlage, können Sie hier konstruieren, oder im Original, das spielt keine Rolle. Was eben wichtig ist, sobald Sie ein Bauteil zeichnen, legt SEMA Ihnen automatisch die Sparren in den Leier Sparren, die Pfetten in die Leier Pfetten, das Dach legt er ins Dach rein, die Decke legt er ins Deck in die Decke rein, die Treppe legt er hier in die Treppe rein. Und zwar die Stufen, alles, Wangen, was man hier an Handlaufen oder alles, das ist automatisch schon zugewiesen. Anders ist es, wenn wir es im CAD machen. Und nun gehen wir mal auf den Bereich CAD und hier mit der Layerverwaltung. Im CAD machen wir folgendes, ich schalte mal wieder mit F7, schalte ich mal kurz mein Dach einfach mal weg, dass man es besser sieht, was da passiert. Und wir sehen hier, ich habe verschiedene Bemaßungen drin, ich habe Zeichnungen drin. Und alles, was ich gezeichnet habe, legt er auf irgendeinen Layer. Nun ist immer die Frage, auf welchen Layer. Also, ich gehe mal in den Grundriss und hole ihn mir einsetzen, ich hole mir einen Baustein. Ich suche mir also einen her, sage ich hätte gern einen CAD-Baustein, Architektur, Fahrzeug, Ach, da hätte ich das Auto, ach, das hätte ich noch gern drin. Also, nehmen wir es und wir legen das da drauf. Dieses liegt im Grundriss A. Der hier liegt auch im Grundriss A. Warum? Weil, als ich ins CAD gegangen bin, stand hier unten Grundriss A. Würde ich jetzt in die Wände gehen und ich gehe wieder ins CAD und ich setze mir einen Baustein, dann liegt der hier in Wände A und der liegt im Grundriss A. Was hat das für eine Auswirkung? Wir schauen uns das an im F7. Wenn ich das F7 habe und ich schalte mal den Grundriss aus, dann sehen wir, diese Autos sind weg. Dieses Auto, das ist noch da. Ich schalte den Grundriss wieder ein, dann sehen wir, die Autos sind da. Ich nehme das Ganze, verschiebe es jetzt mal, dass wir das Auto auf der anderen Seite sehen. Grundriss aus. Ist immer noch da. Wände aus. Jetzt ist es weg. Warum ist das weg? Weil, wenn wir nochmal drauf fahren, dann sehen wir es, weil der in der anderen Gruppe liegt. Also, der liegt in der Gruppe Wände. A für allgemein. Und dann können wir ja folgendes machen. Wir markieren die und sagen, den möchte ich abändern. Also, gehen wir hier auf Ändern. Markierte. Gemeinsam. Und wir sagen dem im CAD, du gehörst eigentlich auch auf den Grundriss A. Okay. Somit wird der automatisch jetzt hier übernommen in diesen Grundriss. Das sehen wir. CAD-Gruppe Grundriss A. Grundriss A. Grundriss A. Jetzt liegt es auf dem gleichen Layer. Und jetzt klickt es auf dem gleichen Layer. Diese Möbel liegen in Wände. Die liegen alle in Wände. Weil ich es da gezeichnet habe. Und nun können wir ja folgendes machen. Wir legen uns eigene Layer an. Das heißt, wir sind im CAD und gehen hier auf unsere Layer-Verwaltung. Und wir sehen im Grundriss A. Da sind wir. Und nun können wir sagen, wir legen uns einen eigenen Layer an. Also, ich lege mal einen an, der nennt sich Fahrzeuge. Oder ich lege mal einen an, den nennen wir jetzt einfach mal Möbel. Okay. Okay. Und weise es jetzt nachträglich zu. Ich nehme diese Fahrzeuge. Ändern. Alle markierten gemeinsam. Und wir gehen auf diesen Layer CAD. Und sagen, wir hätten es gern bei Fahrzeuge. Und sagen einfach hier, okay. Ergebnis. Fahrzeuge. 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 Gut. Dann gehen wir auf das Nächste. Und wir sagen, wir suchen. Ich gehe hier auf diese Gruppe. Wenn die A. Wir können jetzt folgendes machen. Wir markieren die. Die holen wir. Die liegen alle auf NDA. Den nehmen wir auch noch mit. Und ändern die auch ab. Ändern. Gemeinsam. CAD. Und wir suchen uns den Layer aus. Möbel. Und sagen hier auch. Okay. Und schauen uns das Ergebnis jetzt mal an. Unser Ergebnis. Cut-Gruppe Möbel. Möbel. Somit können wir jetzt im F7 einstellen. Ich möchte Grundriss allgemein. Und nun sehen wir hier. Die Möbel. Jetzt sind sie ausgeblendet. Fahrzeuge. Ausgeblendet. Somit könnten Sie auch. Ich habe es jetzt hier als DXF und DWG Datei. Wenn Sie eine DWG oder DXF einlesen. Legen Sie es auf den CAD Layer. Dann können Sie es jederzeit ausblenden. Einschalten. Ausschalten. Was Sie benötigen. Was wir hier noch sehen. Ich habe hier eine Raumberechnung. Noch durchgeführt. Auch bei der Raumberechnung. Das ist im F7. Ist in der Layerschaltung drin. Das heißt. Wenn ich in Raum reingehe. Dann steht hier beim Raum. Ich möchte die Bruttofläche und die Wohnfläche. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Somit haben wir hier die Brutto- und die Wohnfläche. Und als Ergebnis steht die mir hier drin. Dann kann ich sagen. Das möchte ich nicht haben. Oder ich möchte sie haben. Zwischen Brutto- und Wohnfläche ist natürlich ein Unterschied. Man sieht es jetzt hier. Also ich habe eine Wohnfläche von 34,34 Quadratmeter. Brutto 43. Also die Bruttofläche ist. Wie viel Teppichboden brauche ich? Wie viel Parkett brauche ich? Wohnfläche ist. Was habe ich zum Wohnen zur Verfügung? Und das sieht man jetzt hier. Ich habe hier die 1 Meter Linie. Und hier die 2 Meter Linie. Also bis 1 Meter wird es gar nicht berechnet. 2 Meter ist 50%. Das ist ja gegeben. Das muss hier so sein. Und auch hier können wir jetzt sagen, ich möchte das alles nicht haben. Also blenden wir das aus. Sie könnten aber sagen, ich möchte die Kantenmaße da drin haben. Oder Sie wollen das Geschoss drin haben, das drin steht. In was für einem Geschoss sich das Ganze befindet. Oder Sie sagen, die Bezeichnung soll raus. Ich möchte es nur so haben. Das können Sie hier immer alles jederzeit einstellen. Ich habe das Ganze jetzt nochmal verschoben. Wenn ich den ganzen Raum wegklicke, dann sieht man, jetzt habe ich nur noch meine CAD-Zeichnung. Der Raum ist weg. Also hier können Sie immer einschalten, ausschalten. Wenn Sie hier nicht jedes einzelne anklicken wollen zum Ausschalten, dann haben Sie hier natürlich die Möglichkeit, dass Sie sagen, den ganzen Raum blende ich hier auch aus. Das sind die Einstellungen, die wir im F7 haben. Dann schließen wir das Ganze. Also nochmal. Das ist der Raum. Wenn wir in den Raum reingehen und schauen den nochmal an, dann sehen wir, der Raum wird die Höhe automatisch berechnet. Das kennen wir ja alles. Die Schichten, was gebe ich an der Wand, an der Dicke, am Boden zu und welche Optik. Wir haben jetzt hier ein hellblaues. Das habe ich hier hinterlegt. Darum sieht es dementsprechend hier so aus. Das Gleiche könnte man natürlich auch mit den Bäumen machen. Je nachdem, auf welchen Layer man es legen möchte. Dasselbe habe ich bei der Bemaßung gemacht. Wir sehen es hier bei der Bemaßung. Wenn die Fenster gesamt. Und das liegt auf Bemaßung Grundriss. Und nun gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie zeichnen einfach drauf los. Und wenn Sie fertig gezeichnet haben, dann markieren Sie und sagen, oh nee, ändern, gemeinsam. Und legen das hier in den entsprechenden Cut Layer. Legen Sie es ab, wo Sie es haben möchten. Die können Sie selber definieren. Egal, wo Sie da sind. Als letztes möchte ich noch zeigen, wenn Sie das im Alt F7 einstellen, dann könnten Sie auch hier sagen, unter Sonstiges, hier in dem Grundriss, gehen wir mal da drauf, was hätten wir gern. Und da können Sie hier schon anlegen. Das heißt, wenn Sie es im Alt F7 eingestellt haben, dann kommt es automatisch. Also wenn Sie da sagen, oh, da brauche ich noch Sanitär. Das möchte ich haben. Und das soll immer so kommen. Und dann möchte ich noch Elektro. Und das soll auch immer so kommen. Dann legen Sie es sich hier ein einziges Mal an, speichern es eben als Vorlage. Und dann haben Sie es automatisch immer, bei jedem Bauvorhaben, wo Sie machen, sind diese Layer schon automatisch vergeben. Und dann können Sie es nicht mehr, bei jedem Bauvorhaben, wo Sie machen,